Musik Hi ihr Lieben, seid ihr auch total happy darüber, dass wir endlich Frühling haben? Im Januar bin ich den ganzen Monat erkältet gewesen und konnte nachts kaum schlafen, da meine Nase so zu gewesen ist. Heute möchte ich von Aquakomfort ein Wellnesskissen testen, das drei verschiedene Liegepositionen bietet und eine davon, die eignet sich hervorragend bei Erkältungen. Sobald man sich waagerecht hinlegt, schwellen die Atemwege noch weiter an, als sie schon sind und das Schnupfen-Sekret staut sich. Atmen klappt wieder besser, wenn man mit leicht hochgelagertem Oberkörper schläft. Das Kissen hat dazu eine sehr angenehme Schlafposition. Nicht zu steil, aber gerade so hoch, dass die Atemwege nicht noch mehr anschwellen. Meine Meinung zum Schluss, total weich und bequem. Vielseitig verwendbar, fühlt sich so gut an, dass man gar nicht mehr aufstehen möchte. Total praktisch ist auch diese Tasche hier, vor allem für Reisen. Ist nur ein bisschen schade, dass das Kissen so viel Platz wegnimmt, denn bei uns steht schon total viel rum, vor allem seitdem die Kids da sind. So und weil das Kissen so gemütlich ist, werde ich mich gleich direkt wieder aufs Ohr hauen. Ganz lieben Dank fürs Anschauen. Abonniere doch meinen YouTube-Kanal ElisheberTV, wenn du Lifestyle, Familien und Reisevideos magst. Merci und bye bye.